Der Boris hat was... Und eigentlich bin ich grundsätzlich der Meinung, man kann eigentlich schlecht schlechter als Grönemeyer singen, aber in diesem Fall muss ich sagen, das Original ist schon besser gewesen. Also der Boris hat stellenweise genuschelt, ich meine auch ein, zwei Wörter hat er einfach falsch gesagt und haufenweise schief und es war überwiegend, also ich glaube, er hatte irgendwie gar keine Ahnung, was für ein Gefühl er transportieren soll und es war eigentlich so irgendwie eine unpassende Emotion oder emotionslos, schwer zu sagen, aber es war total merkwürdig von der Stimmung. Es war, also wenn ich sage, nicht gut, ist es sehr nett ausgedrückt. Trotzdem sozusagen Riesenapplaus da in der Sendung, Beifall und man erzählt uns was von Gänsehaut. Also bei mir war das eher so ein Schauder, aber nicht, weil es so gut war.